Hallo Leute und Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Beemanji Ja ich für mich für zwei Sachen erstmal entschuldigen Nämlich dass die letzte Folge so asynchron war, keine Ahnung was da schief gegangen war Mal schief gelaufen ist Entweder hat das am Render oder eine Aufnahme selbst, ich weiß nicht Tut mir leid, aber ich hoffe es war nicht allzu schlimm Und zweitens für mich dafür entschuldigen, dass seit gestern keine Folge kam Ah, aber Das hatte einen Vorteil Denn ab jetzt kommt wieder täglich Beemanji Ha, ne Doch, auch, aber jetzt kommt jeden Tag täglich Next Car Game wieder Das heißt, ihr könnt alle Next Car Game Gucker haben jetzt jeden Tag nochmal jetzt gucken Also Beemanji, Next Car Game und Ziv wird jetzt immer täglich kommen Und auch ab und zu halt eben Stacey Gut, ja, das wollte ich nochmal kurz sagen Aber ich habe jetzt auch einen ziemlich guten Wagen gefunden, mit dem man das machen kann Diesen Map hier Und zwar den DLC Scarab Dann nennen wir die Stage 1 Turbo Ach, das war der All Der, der komplett alle lenkt Wow Oh Gott Oh, 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 oh fuck So viel dazu Klappt ja schon mal super alles So, und der wird jetzt schon zerstört Und jetzt rollt er auch noch runter Ja, ob man das alles Rollen bezeichnen kann, wo er rutscht Wir fahren dann mal da lang Nur einmal über die Ziellinie Oh Der lenkt ein bisschen zu hart Oh, scheiße Nicht schon wieder So, wir müssen einfach mal Wir werden eine andere Version Die dürfte aber Besser zu fahren sein Übrigens Bin ich jetzt Oh Gott Mitunter dafür verantwortlich Das Beemanji-Wiki und vielleicht auch später Beemanji selbst Also das Spiel und alles Ins Deutsche zu übersetzen Also wird er Zumindest für das Wiki Da arbeite ich jetzt dran Das zu übersetzen Und Ja Game wird vielleicht später mal folgen Oh Muss ich gucken Oh, nein, 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 nein Oh Oh Gott So, wir werden jetzt fern ins Wasser knallen Oh Boah Hat einen heftigen Schaden hinterlassen Das Wasser Aber ist auch kein Wunder So, und jetzt Schaffen wir das doch mal bitte, oder? 100 war eine gute, ne? Ja, 100 war etwa gut Jetzt müssen wir mal Oh Oh, aber das war knapp Das war ja hammerknapp Das war echt krass knapp So, jetzt bloß nicht Hier runterfallen Das war wieder mega knapp So Ich fahr hier in First Person Weil ich so ein besseres Gefühl Für die Fahrzeuge hab So Sieben zwar nicht immer wie knapp es ist Aber man dürfte es im Grunde genommen sehen So, und hier dürfen wir jetzt nicht zu schnell sein Aber auch nicht zu langsam Das würde ich sagen Ist der schwerste Stunt in dem Auf dieser Map Komm, nein Du kriegst es noch Du kriegst es noch Nein, nein, nein So, jetzt erstmal ein bisschen rauszuholen Und dann Diese Ultra Slow Motion aktivieren Oh, böser So, dann einmal hoch Und von wo kam er von Von wo kam er Black Jetzt nicht crashen Wie mit die Nicht crashen So, da ist das Spiel gecrasht Leider Aber wir rüsten einfach mal wieder Und ich fahre einfach mal links lang Oh, gleich schon mal fast runtergefallen Das beginnt egal Was haben wir, glaube ich, mehr FPS Ach, nö Warum? Oh, man Oh, das ist hier süß, der kleine Lüfter Der kleine Meine Güte, Radiator Wo sieht man ihn eigentlich Was sieht man von hier Ja, da ist er Der kleine Radiator Alter So Jetzt schaffen wir es aber Das gibt es doch nicht Komm, ich muss wieder hochschlafen Oder auch nicht So, jetzt aber Jetzt aber, wirklich Über die Zierlinie Hier nicht zu eng fahren Aber auch nicht zu weit außen Das gibt es doch Meine Fresse Was geht denn da jetzt ab? Wo ich einfach mal aus der Third-Person-Perspektive Nicht mehr fahren kann Und die crashen wir jetzt immer wieder gleich Wir rutschen immer wieder raus Aus und raus Das ist kacke Äh, ich gebe jetzt hier einfach mal nicht Vollständig Gas So So, jetzt hier Nein Ach nö So, BMG-Mark ist heute wieder zu crashen Das heißt, es wird heute eine kurze Folge geben Ich lasse es jetzt Also wenn es jetzt noch einmal crash ist, okay Also einmal crashen Und ich höre auf Heute mit der Folge Das heißt, bisschen kürzer Aber dafür Kommt Ab morgen Ab morgen ja wieder Nö Fuck Ab morgen kommt er wieder Next KG So So Nee, das war knapp Okay, das war auch knapp Gut, jetzt sind die Jumps müssen wir schaffen Ganz locker Und jetzt Ein Belastungstest für die Federung Und fürs Metall vorne Hä, wir können immer noch fahren Bisschen schwer jetzt Weil wir jetzt den rechten Reifen geschottet Die Reifen geschottet haben Die Achsen so Oh, einmal reloaded Jetzt versuchen wir mit dem den Looping Der dürfte da vielleicht gar nicht mal so schlecht sein Auf von minimal am Rand So, mal sehen wie gut der dafür ist Ich hoffe ziemlich Come on Los, dreh dich Dreh dich Nein Aber bleib drauf Bleib bitte Bleib bitte Wir haben es mehr oder weniger geschafft Das heißt, wir können jetzt unsere Runde vielleicht versuchen Zufall So, BMG crasht Und das heißt, ich beende es jetzt Danke fürs Zuschauen Und tschüss Bis zum nächsten Mal Euer GCG Tag, ich binença Je Hier Beidee est Das ist es